Hä? Ah, von der Seite vielleicht. Alles gut. Also hier noch einmal hoch. Nein, so nicht. Da hoch vielleicht mal. Wo ist es drin, Dinghen? Okay, Gott. Versuchen wir noch einmal. Einmal versuch ich es noch. Und dann lassen wir halt die beiden da oben. Ist ja dann so... Nein, okay, Gott. Bringt nix. Lass mal. Waren wir da oben jetzt schon? Weiß ich gerade noch nicht. Da ist es so drückt, Ding. So. Wow, da muss ich nicht reinfallen. Ah, da unten ist was dröte gewesen. Dass wir nur hier irgendwie wieder rauskommen. Ohne in Lava zu fallen. Nein, 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 nein. Ach, jetzt bin ich ein Lava? Wie cool. So. Und da noch einer. Können wir jetzt auch weiter springen? Oder wie? Tatsache? Wie cool. Wie genial ist denn das gemacht? Nein, 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 nein. War schlecht. Da ist nur einer. So. Gehen wir jetzt um mal vorwärts. Okay, gut. Jetzt werden wir irgendwie da wieder hochkommen. Jetzt haben wir nicht mehr so einen länglichen Schwanz, den da uns her geht. Sondern das ist was Kleines. Handliches. So. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das ist geil. Ich habe mich hier festgepackt. Na, okay, gut. Geht. Wir müssen da irgendwie wieder hoch. Okay. Komplett runter am besten einmal. Uh. So. Dann springen wir da hinüber. Da hinüber. Da hinüber. Aktivieren den hier. Aktivieren den hier. Und wir aktivieren den da unten. Waren das jetzt alle oder? Ja, waren alle. Okay. Ah. So. Ja, ich dachte, die Lava bringt uns um, aber. Eigentlich. Ja, nicht. Das geht jetzt wirklich sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen ist auf jeden Fall. Boom. 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 Cool. Jetzt kann man da auch. Klar hochklöptern. Zum Beispiel ein bisschen. Sehr mal geil. Sehr mal mega. Oh, komm, drüben. Oder wie? Doch. Ich komme auch hoch. So. So. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wo wir jetzt das nächste sehen müssen. Ja, man soll vielleicht auch da richtig hoch gehen. Ja, man soll vielleicht auch da richtig hoch gehen. Okay, gut. So. Gut, so entlang geht's nicht. So. Wo hängt der noch mal genau. Wo hängt der noch mal genau? Nein. Falsch. Hilfe. Hilfe. Hier läuft. isia. propriat. Hilfe. Wir bewegen sie ganz komisch. Okay, da bleibt er oben, du Einer. Ist jetzt auch egal. Wir sind auch viel langsamer, jetzt kann man halt viel besser springen. Das hat so seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Wand finden, wo ich davor gesehen habe. Da hinten. Genau, die Wand wollte ich haben. Mir springt er nicht jetzt einfach hoch. Ich finde es schwer, da wird es mehrere Möglichkeiten geben. So, dann auch einmal da mal langsam runter. Da unten war da auch noch einer, oder? Ja, genau. So, ich könnte wahrscheinlich auch wieder leichter entlang rutschen mit der Luft da unten. Aber... Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das so zu machen. Oh, cool, was ist denn da hinten noch drin? Aua! Ja gut, da gehen wir jetzt als nächstes hin, sobald wir das Ding hier fertig haben. Wohin müssen wir eigentlich noch? Ich habe den Überblick verloren. Aua! Wand! Und... Nein, da rein will ich nicht. Ah, da unten ist wieder Lava. So. Ähm, da irgendwie hoch. Nein, nicht da wieder durch. Oh Gott! Habe ich was erwischt? Ja, ich habe einen erwischt. Wow. Ah, vielleicht so. Alter, Alter, Alter. Jetzt. Ah! Kann ich eigentlich von hier auch so springen? Jetzt wirst du, wie die Kugel da unten kriegt. Ah! Vielleicht geht auch mal nochmal kurz hin. Wirst du die unter der Brücke da? Da hinten ist auch noch eine. Ja, da hinten ist auch noch welche. Wow. Pew, pew, pew. Haben wir da? Da hinten fehlt noch zu einen, oder? Da fehlt auch noch so eine Trompette. Da kommt mir gerade nicht hin, wieso kommt mir da nicht hin? Da. Okay, gut. Haben wir hier jetzt einen Trübfinner? Wee. Oha. Waa. Jetzt sollten wir alle haben. Jetzt sind uns nur die Trompete, wo ihr irgendwo liegen müsst. Wollen wir da alle einsammeln, was wir haben? Trompete. Waa. Okay, Gott, der ist zu hoch. So. Nein. Fast haben wir erwischt. Auch wieder nicht erwischt. Hm. Fast. Nein, auch wieder nicht. Bah. Hoch. Alles nicht so leicht. Daneben nicht. Juhu. Wieso kann ich da so hoch springen? Ne, geht nicht. Außer ich mach's so. Merkt ihr was? Ich will das Ding haben. Unbedingt. Nein. Okay, Gott. Das war zu hoch. Vielleicht auch eher von da hinten an. Ah ja. Dann eh nicht. Und ich bin auch mal noch auf der Suche nach der Trompete da jetzt. Und da fehlen auch noch eine. Aber bisher sehe ich noch keine. Vielleicht ist die. Ja, auch da hinten drin. Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig. So. Nein. War so schön zu springen. Bitte. Jetzt gehen wir mal einfach da immer so durch. Sollen wir da etwas mehr kriegen kriegen? Bis zum nächsten Mal.